hallo liebe golfer ja bis zum mitte april geht gar nichts mehr in sachen golf aber es gibt tatsächlich sehr sehr sinnvolle dinge die man zu hause tun kann somit seid ihr dann perfekt für irgendwann wenn es wieder losgeht startbereit und die tipps habe ich jeden tag für euch während der korona krise zu tipp nummer eins der klassiker ist natürlich patten zu hause aber macht bitte patten zu hause mit verstand weil richtungskontrolle ist zwar wichtig und das ist das was die meisten zu hause machen in irgendeiner tasse patten oder sowas und das ist nicht verkehrt aber wir wollen uns eigentlich viel mehr um die lenkkontrolle kümmern so tipp 1 heute geht darum wie sie ihr lenkkontrolle im patten trotz korona verbot verbessern so der wichtigste bestandteil von lenkkontrolle ist tatsächlich tempo oder rhythmus und das will ich jedes mal gleich machen und das ist die hausaufgabe für heute alles was man machen muss ist tatsächlich mit einem patte erstmal ganz ohne ball augen zu auf jeden fall und einfach fühlen was von tempo habe ich überhaupt so bei mir ist es eher so 1 2 1 2 1 2 und nicht nur spüre ich jedes mal mein tempo sondern ich merke wie der schläger kopf 350 gramm gewicht hier unten tatsächlich in meinen händen sich bewegen will und das darf man nicht unterdrücken sondern passieren lassen wir sind ja nun mal menschen wir haben handgelenke und ellbögen und schultergelenke und so weiter und das müssen wir erlauben es ist falsch es ist sogar ein mythos zu denken dass man alles steif hin und her pendeln muss das wird nie dazu beitragen dass man ein gutes tempo bekommt also bis morgen wenn die nächste aufgabe kommt müsst ihr folgendes können und zwar auf einmal sagen 12 das ist mein tempo 12 ein kleiner test dafür nimmt man zwei bälle macht man 12 und dann versucht mit dem ball 12 genauso zu machen und zu überlegen ob ich genau dasselbe tempo gemacht habe mit ball als ohne übt es und morgen kommt der nächste tipp ja wir werden im monat pause machen müssen aber ich habe ein geschenk für euch und zwar ein monat lang könnt ihr mein academy mitgliedschaft umsonst rumschauen ich habe hunderte von videos kostet nix erste monat also während der korona krise ist komplett kostenfrei academy.letbetter.de geht da rein registriert euch ein monat umsonst solange wie diese geschichte vorbei ist bitteschön